weißt du was die da unten gerne essen zu fahren vor zachsenhausen martin was denn rippchen mit sauerkraut und zum nachtisch gibt's wispelchen und trinken tun die kein bier sondern apple boy und dann nur aus gerippten und was heißt gerippten keine ahnung ja guck dir mal das glas an wie das verarbeitet ist in frankfurt also lispelchen heißt die christel das große mirabell die christel zu kaufen aber die gibt es meistens immer erst im herbst